jetzt schon in der jahre nach hauziehen erst mal fett die kniescheibe die jeweils mit man kann erzielt nachkommt die Sünderung durch da kommt eigentlich immer jannis drinnen sie hat ihr mit jannis viel wenn wir gerne setzte Prozent also weil das ist die Stadt drinnen nimmst mit kann ich nicht das Problem doch nicht Juli spielen wir ja ich bin jetzt das Verstecken spielen Hardcore Modus die Bombe wurde platziert mein Gott kommst du kommst du auf das ich habe ihn davor ich habe ihn so gesehen dann musste ich die Bombe wieder noch klatschen und dann wir haben recht gefallert nein sie sind ich habe ihn davor ich habe ihn so gesehen dann musste ich die Bombe wieder ich sage noch Achtung er kommt und dann lege ich die Bombe wieder hin und in dem Moment kommt der links rum die Bombe ich war hinter dir und jetzt muss ich anders laufen ich war hinter dir und jetzt muss ich anders laufen in der messen gut gemacht team ich bin ich bin ich habe ihn ausgestattet ich bin ich habe ihn ausgestattet nachher müssen wir verteidigen ich habe ihn ausgestattet ja juli ist ein erkenntnis des Jahres alter ohne Witz wie viel ähhh ja hat die Runde verloren geil schnell die Runde das war jetzt echt geil das war scheiße Warte, der Cam, guck mal wo der Cam, der ohne Spaß passt. Ich musste nur grad was entlegen an meiner Maus. Oh man. Gibt's ja nicht. Zweiter Versuch. Das Ziel verteidigen. Äh, äh. Aber bitte woanders lang. Aber ab der Teil mit Sahne. Voll. Irgendwann, als ob ich die nicht grad vor die Fresse gegeben hätte, oder? Ja, wahrscheinlich! Ich fülle es mich noch aus. Ach komm. Warum kann man nicht laufen, wenn man geblendet ist? Ich glaub' ich mit Absicht so. Because it doesn't will go, go. Da war ich doch grad ja nicht, man kannst dich mal entscheiden. Nein! Lalalala. Wie der mich messt. Ne, ich hab' ihn noch erschossen, aber ich wollte dich nicht mehr. Oh! Du bist ein ganzer Louis. Ach du? erst mal als du das anbieten kannst. Oh, du kannst dir das anbieten! Äh, mach ich nicht. Lalalala. Ja, ich hab' ihn noch nie. Na, du kannst du nicht ausbieten. Ja, du kannst dich nicht ausbieten. Ja, du kannst mich nicht ausbieten. gesehen durch die Mission du bist als einziger was bei A auf 0 das waren zwei Schüsse ja durch die Farmers und mit dem ihr Positives mit einem Schuss gekillt ich bin so farmasvoll Assi weil die nur drei verfickte Schüsse macht und da muss wieder klicken damit das Haus alle ach alter die aber es ist noch nicht vorbei mann das will ich jetzt sehen die um die fücheln Prozent der Flassers was ich der Falle 90 Kurs Prozent der Anreistag wie bestehst denn die sieben hinten noch bei sich zu sich aufklärungsdrohne gesichtet weiter ich bin nicht schon wieder in 12 11 Runde es ist nicht an dem Kopf hat fachst du verarschst ich habe nicht gesehen noch nicht Tori Papa all das Wort hat geht richtig ab Mann Glücksrunde du bist ein glücklicher 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 Glückspilz ne nicht wirklich ach ja sicher wo hat er dich abgebaut ne ich geh noch runter ach so scheiße trotzdem muss mal rausschießen ne die darfst du verwenden die darfst du verwenden ach sag's doch gleich na die Bombe wurde platziert run bitch da würde ich mir keine Sorgen drum machen ne es stinkt es stinkt äh 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 so tab jetzt F loslassen das ganz krungen chaud schade boah tschüss uh meine granate alder meine die in der Hose hier ne Seitenwechsel die klebt wohl richtig Neins Nein, 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 ha ha, b***h. B***h, pl***h. Hm. Ich find's ja... Hast du einen gekillt? Nein, aber da drin ist einer. Wo? Da, hier in dem Haus. Da. Gewesen. Wo, oben oder unten? Oben war einer. Und der eh von der anderen Seite. Die Bombe wurde geplatziert! Was? Waaah! Äh, oben auf dem Dach! Aufklärungstrone gesichtet. Oh lot. Pass auf, pass auf, der will die Bombe entschärfen. Wo ist der hier? hat sie sind nur als erster alle die Beziehung gut dass ich dir gesagt habe aber das ist ja schon nicht gesehen die Götze hinlaufen ist es hätte nicht geschafft natürlich hätte das geschafft so hoch egal abgarten doch noch nicht klar er war eigentlich ziemlich ausgeglichenen Teams ach jetzt auf einmal alter alter die Bombe wurde platziert wir können ja verstecken spielen jetzt und das die Bombe in Ruhe ja hinten in der Ecke bei dem Haus ist Janis da das war der Hütte wie er gesagt ja boah schnell 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 rennt zu brennt zu brennt da darf die Bombe nicht entschärfen nein jawoll schon schafft er nicht mehr doch das schafft er doch doch ja all ich habe ich habe er hat er ist da war und lege in die Hälfte und wir sind schärfen fünf Sekunden fünf Sekunden einige vor Ort ja bei 5,4 angefangen 5,7 Leck mich, war das knapp Ja, das war richtig knapp Ähm, keine Ahnung bislang Das blänt wahrscheinlich TBLB 100 Pol, ne? Ja, sicher Junge Alter Ich prügel dir voll den Kopf rein Wo war der? Er war bei A Ja, hat er die Bombe Ja Aufklärung ohne Aufklärung Ja, du hast kein Kommando drin, gell? Nur das Ninja Das ist aber, der bringt dir nix Oh, doch, bringt dir da was Alter, hast du mich gesehen? Ja Oh lol Das war hinterm Zaun, lecken die Eier Ich hab extra nicht geschossen, weil dann hättest du nicht geblendet Ne, ich hab nicht mal Blankgranate dabei Das Ziel zerstören Scheiße Patty, du fickt nur Wir haben die Bombe Ja, ich hab die Bombe, du kannst dich am Arsch lecken Ja, ich hab die Bombe, du kannst dich am Arsch lecken Ich hab noch gesehen Ja Ich hab noch gesehen, als ich hab auch noch abgeschossen, danach muss ich nachladen auf einmal Ja Oh Gott, ich hab mich zu erinnern Die mechte Taktik bei sowas ist, sich hinzulegen Ja Die sind nämlich noch einfaches Futter wert Ja, wahrscheinlich Äh, ja Unter dir Aha, wie immer der letzte Alright, komm was cheers Bring die Mission zu Ende Hm? Oh lol Lolololololololo Mama, wie kommen wir da so schnell hin? Wo ist der? Pass auf, der, ich saltiere irgendwo Äh? Weil das sind nie gemacht Worst von links rum Ich hab die Bombe, Sie wollen aber um kommunale Bibeln Abkomm всем klicken Du musst ihn so ansvida so bitte kennt er jetzt irgendwo der Klacken wird ich hätte nicht weißt du sie sich die jetzt frohlocken zu b oder liebte und sieben juli wird einfach da geballert und dann bist du losgelaufen johannes er auch in die Runde müssen wir sagen egal es gibt es nicht immer elf zwölf jetzt die noobs hier vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss tschüss eiersalat